Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder bei Die Selbermacher. Heute 18. Februar. Die Sonne scheint super toll. Ich wollte einfach mal kurz ein kleines Update-Video machen von unseren Hühnern und von unserem Pferd, was ja jetzt da ist. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen, weil bei dem schönen Wetter da muss man einfach rausgehen. Na dann, los geht's. Da sind sie auch schon, die Ästen. Da kommt der Goggle an. Ist das ein herrliches Wetter. Die Hühner, die fühlen sich natürlich auch total wohl mit dem Wetter. Da läuft sie immer noch rum. Das ist unsere Mama-Ente. Schönes Tier. Jetzt unser schöner Hühnerchen. Und der dicke Äppel. Ja, wie ihr seht, das Grün, das haben sie schon alles abgefressen. Da freuen sie sich, wenn sie dann im Frühjahr wieder neues Grün haben. Aber dazu muss es erstmal wieder noch wärmer werden und genügend geregnet haben. Dann haben sie auch wieder mehr Grünes. Dann sperren wir das ein bisschen, teilen wir das ein bisschen ab und dann passt das auch. So, da hinten seht ihr schon unser schönes Pferdchen. Shetland-Pony. Genießt hier die Sonne auch. Steht in der Sonne wunderbar. Genießt die wärmenden Strahlen. Hat sich auch mittlerweile an uns schön gewöhnt. Kommt eigentlich auch immer, wenn wir ihn rufen. Genießt einfach den schönen Auslauf. Im Gegensatz, wo es vorher stand, da wo es nur an der Modde und dem Matsch stand, hat es hier auch eine schöne grüne Wiese. Wunderbar. Da sind sie. Mal aus der Regenwurmperspektive. Unsere Hühnerkinds. Was ein schönes Tier. Ja, ich hoffe, dass es dann jetzt endlich mal noch wärmer wird. Es gibt ja schon einige Videos aus dem Süden Deutschlands, wo man den Garten schon vorbereiten kann. Bei uns ist das noch ein bisschen früh, so langsam werden wir dann mal anfangen. In den nächsten Tagen, ich denke noch ein, zwei Wochen, dann geht es auch bei uns los. Vielleicht werde ich Anfang März schon im Gewächshaus etwas machen, dann lasse ich euch natürlich auch teilhaben an dieser ganzen Geschichte. Ansonsten soll es das erstmal hier kurz gewesen sein. Ganz kurz mal ein Video, einfach so den herrlichen Sonnenschein genießen. Und wenn es euch gefallen hat, wieder Daumen nach oben. Abonnieren kostenlos, nicht vergessen. Empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt. Ansonsten war es das erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagen die Selbermacher. Ciao, sagen die Selbermacher. Untertitelung des ZDF, 2020